Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, okay, ganz ruhig. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Schnecken. Heute lassen wir die Glacé-Handschuhe weg. Natürlich muss er dafür sterben. Vergiss nicht, er fickt deine Frau. Bist du stolz auf dich? War es das wert? Du bist in der schlimmsten Lage, in der sich ein Mann befinden kann. Du bist im Recht. Daran musst du denken. So sieht er aus, der Neuzeit-Casanova. Blutverschmiert mit einem stinkenden Hemden. Er wollte es so. Er wird ihn umbringen, aber er packt das. Er braucht noch etwas Zeit, ist ja klar, wegen des Schocks. Du wirst sterben. Das schuldest du mir, denke ich. Hast du was vor? Was würdest du machen? Ich werf eine Münze. Kopf. Ich wollte sie beide. Und wenn Zahl fällt... Dann wird es schwer, Colin.